Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Arbella Mittagstag hier aus Spanien. Mein heutiger Gast ist der Käpt'n vom FC Basel, Mathias Delgado. Mathias, herzlich willkommen hier bei uns. Heute sprechen wir Italienisch. Damit wir uns besser verstehen, reden wir Italienisch. Mathias, wie läuft es bei der Vorbereitung? Wir arbeiten sehr gut, die Anlage ist schön und auch das Klima ist super. Das Hotel ebenfalls toll, da können wir uns nach dem Training ausruhen. Fühlst du dich fit? Gut, jeden Tag werde ich fitter, wir haben noch ein wenig Zeit. Hoffentlich sind wir zum Saisonstart am 7. Februar zu 100% bereit. Jeder Spieler funktioniert anders. Wie kommst du am besten in Form? Ich versuche in keinem Training zu fehlen und jede Einheit fertig zu machen. Gleichzeitig muss ich mir sagen, dass ich nicht alles an einem Tag machen kann. Das Ziel ist das erste Rückrundenspiel. Da muss ich fit sein. Wichtig sind auch alle Ruhepausen nach den Spielen und in der Nacht. Das ist sehr wichtig. Hier in Marbella habt ihr viele Trainings, aber auch Freizeit. Hast du einen Mitspieler besser kennengelernt? Wer schon länger hier ist, kenne ich gut. Wir reden viel. Auch in Basel. Wir sind eine tolle Truppe. Wir versuchen, die Neuen besser kennenzulernen. Und das funktioniert sehr gut. Was macht ihr abseits vom Training? Wir sind im Zimmer und ruhen uns aus. Das ist sehr wichtig. Wir sind im Bett, schauen TV oder schlafen. Ein Buch lesen, Playstation spielen. Machst du auch so was? Ich gehe auch ins Internet. Die Jüngeren spielen Playstation. Andere wiederum spielen Karten. Aber das Ausruhen im Zimmer ist wichtig, damit wir nicht den ganzen Tag an Fussball denken. Ich habe gesehen, dass du oft mit Davide Calla, Germano Vailati und Walter Samuel zusammen bist. Ihr spricht alle Italienisch. Was sagst du zu eurer Gruppe? Wir sind eine tolle Mannschaft und halten zusammen. Aber jeder hat ein paar Kollegen, mit denen er sich super versteht, mit denen man zusammen ist und dieselbe Sprache spricht. Ich fühle mich wohl mit Davide, Walter, Germano und auch mit Beran. Wir scherzen und haben es gut zusammen. Seit diesem Sommer bist du Captain. Was bedeutet dir die Binde? Es macht mich einfach stolz. Ich geniesse diese Situation. Ich habe die Mannschaft sehr gerne und für mich ist es etwas Spezielles, Captain zu sein. Ich bin sehr glücklich. Hat sich die Beziehung zu deinen Teamkollegen geändert, seit du Captain bist? Nein, ich hoffe, es hat sich nichts verändert. Aber das musst du die anderen fragen. Ich habe nichts geändert. Wir sind sehr verbunden, alle reden miteinander und jeder kann sagen, was er gerade fühlt. Ich bin nicht die einzige Stimme und auch der Trainerstaff redet mit und hilft uns. Für mich war die Umstellung kein Problem. Du hast die Binde von Marco Strela geerbt. Hat er dir Tipps gegeben? Ja, klar. Er ist mein Professor. Ich habe sehr viel von ihm gelernt. Wenn ich etwas nicht weiss, dann rufe ich ihn an. Wir sind Freunde und reden zusammen. Über was redet ihr? Das kann ich jetzt nicht sagen. Das ist ein Geheimnis zwischen Pipi und mir. Okay, ist gut. Als du Captain wurdest, hast du dir überlegt, wie du das Amt am besten ausübst? Was zeichnet Captain Mattias Delgado aus? Ja, klar. Das Geheimnis ist, sich selber zu bleiben. Die Mannschaft hat mich gewählt, wie ich bin. Ich bin noch die gleiche Person. Ich spüre, dass die Mannschaft hinter mir steht und mir auch hilft. Ich bin sehr froh, ein hilfsbereites Team zu haben. In unserem Talk stelle nicht nur ich die Fragen. Auch unsere Fans haben uns via Social Networks Fragen geschickt. Miss Sommer fragt dich, wie viele Trikots du während deiner Karriere verschenkt hast. Ich habe aufgehört zu zählen. Ich kann einfach nicht Nein sagen. Ich wollte als Kind auch immer ein Trikot meiner Vorbilder haben. Es ist für mich schwer, Nein zu sagen. Ich habe bis jetzt fast jedem eins gegeben, der gefragt hat. Aber hast du eine Person im Kopf, die dir speziell geblieben ist? Nein, ich frage nicht, wieso die Leute das Trikot wollen. Ich gebe es einfach, wenn sie mich darum bitten. Die nächste Frage ist von Tamara Pinchedla auf Facebook. Sie will wissen, auf welche Sprache ihr euch im Team verständigt. Mit Deutsch und Englisch, aber mehrheitlich auf Englisch, wegen den Ausländern. Aber wir reden auch Spanisch und Italienisch. Eine weitere Frage von Lisa Friedlin in diesem Zusammenhang. Sprichst du Deutsch? Diese Materie fehlt mir leider. Ich bin am Lernen, aber ich bin langsam. Ich hoffe, dass ich mal mit dir ein Interview auf Deutsch machen kann. Super, machen wir doch kurz einen Test. Nein, nein, besser nicht. Also, bevor du irgendwann aufhörst, machen wir das noch. Ja, hoffen wir es. Eine weitere Frage. Vinci14 fragt dich auf Instagram. Bleibst du nach deiner Karriere in Basel? Das weiss ich nicht. Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Meiner Familie geht es hier sehr gut. In meiner Situation denke ich aber nur von Monat zu Monat. Ich denke nur ans Spielen. Danach weiss ich noch nicht, was ich machen werde. Zum Schluss will ich dich noch fragen, was dir an Basel gefällt. Du kamst 2003 nach Basel und bist nach deinem Abgang anschliessend nochmals zurückgekehrt. Wieso bist du nochmals gekommen? Der FCB hat aus mir einen Fussballer gemacht. Hier habe ich meinen ersten Titel gewonnen. Ich habe hier viel Positives erfahren. Ich habe einen guten Draht zum Klub, zum Präsidenten und mit allen, die mit ihm zusammenarbeiten. Und natürlich auch zu den Fans und den Leuten, die mich immer unterstützen. Ich bin auch für sie zurückgekommen. Matthias Delgado, vielen Dank für diese Intervista, wirklich interessant. Das war also der Mabea Mittagstalk mit dem FCB-Captain Matthias Delgado. Morgen einmal im Albein sind wir wieder für Sie da mit einem weiteren Uscope. Auf Ade miteinander. Auf Ade miteinander.